Phase 11 Abnahmeprüfung Im unteren Teil der Tür am Dampfaustrittsgitter kann ein eleganter, praktischer Duftspender angebracht werden. Nun ist die Abnahmeprüfung aller Anlagen vorzunehmen. Am Bedienpanel im Innenraum ist ein Aufkleber für die Inbetriebnahme angebracht. Den Aufkleber abziehen und genauso vorgehen, wie es Ihnen hier vorgeführt wird. Unsere Hammamkabine funktioniert einwandfrei. Nun muss die Funktionstüchtigkeit der Deckenleuchte mit LED-Farblichttherapie geprüft werden. Funktioniert ausgezeichnet. Nun sind die anderen Anlagen an der Reihe. Das Becken und die Überkopfbrause. Alles ist betriebsbereit. Unser Kunde kann sich nun wohl befinden und Entspannung gönnen. Und unsere Techniker sind zufrieden, eine erstklassige Hammamkabine der Marke Effigibi problemlos und professionell installiert zu haben. Musik 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 Vielen Dank.